Ein streunender Hund, der erledigt werden muss, ist aus dem Kerker ausgebrochen und hat ne Menge Ärger verursacht. Aha. Einer von Helgas Irren. Ich glaube nicht. Aber verrückt ist er. So viel steht fest. Aber mich wird er nicht überraschen. Das sei... Au! Au! Hm? Au! Ich wechsle die Position! 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 Ich wechsle die Position!